da sind wir wieder zurück im wahnsinn so jetzt noch mal wir waren dabei hier als nächstes brauchten wir wir brauchten eine schleifmaschine so die schleifmaschine kommt hier die bitte auch direkt verbunden sehr geil kann ich dir so hinbauen dass die die nach vorne zeigt ne ne okay dann muss sie sein dann muss halt seitlich stehen auch nicht weiter schlimm diese nicht so schön aus aber ums aussehen geht sie eh nicht so und hier kommt so eine sorting tube hin so dieses sorting tube macht jetzt folgendes hier ist die schleifmaschine und die schleifmaschine macht aus dem ganzen verfickt macht aus dem ganzen cobble stone genau blau kommt blau koppels und geht nach blau alles angeht nach weiß und als andere geht auf so korrekt hier ist wieder genau das gleiche alles was gekoppelt und gegrindet wurde wird wieder rausgeschickt ja gut hier können wir jetzt kein so ein ding hin machen aber gut ist auch nicht weiter schlimm da ist es halt so weil es kann ja nur ein block nach da gehen und dann da geht er wieder zurück also durch trotzdem performant genug bleiben so das heißt alles was da rauskommt ich sehe gerade dass es hier natürlich auch in die richtung erstmal gehen könnte das wollen wir ja eigentlich nicht sondern eigentlich soll das ja alles in die richtung gehen das heißt hier müssen wir auch schon so ein richtungs tube rein machen so das heißt alles was von hier kommt geht in die große pipeline geht hinten einmal rum geht dann auch hier vorne so und hier beginnt man mit dem zeug das heißt es geht hier lang so als cobblestone ist geht hier rein wird gegrindet kommt da als kies raus geht wieder einmal rum genau geht wieder einmal rum geht hier wieder rein weil es jetzt kies ist geht sich hier rein wird hier gesiebt und alles was gesiebt wird geht dann hier wieder raus geht dann hier wieder weiter so das heißt jetzt kommt die nächste station alles was gesiebt ist sind entweder rohstoffe oder aber gesiebtes zeug und alles was gesiebtes zeug ist kommt jetzt in diesen autocrafter wobei hier müssen wir gucken genau 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 in diesen autocrafter hier müssen wir jetzt aber halt falsche falsche seite kommt in den autocrafter das heißt hier müssen wir wieder sortieren in den autocrafter in den autocrafter sollen nur das zeug rein dieses gesiebte alles andere kommt nach weiß so das gesiebte zeug also ich brauche ich brauche davon glaube ich noch mehr ne um den autocrafter zu konfigurieren ich muss die also die müsste funktionieren genau so so perfekt jetzt noch einschalten perfekt so das heißt hier wird es automatisch dieses komische kompest also dieses komprimierte keys erzeugt gezeugt und das wird hier wieder rausgeschickt und das komprimierte keys geht auch wieder eine runde rum und geht dann in den ofen so das heißt in den ofen kommt das komprimierte zeug rein alles andere geht weiter nach weiß so die theorie genau so das heißt hier kommt am ende wieder normales keys raus und das geht das geht dann ganz mal wieder in den sieb rein also ich mag meine ideen ab und zu aber die ausführung hier mit der pipeline das ist schon echt heavy mittel so das heißt hier jetzt einfach nur da lang und jetzt kommt hier noch mal eine spezial scheiße und zwar alles was hier verarbeitet werden kann kommt hier nach rot das heißt wir haben einmal keys ich mache es mal hier machen wir erstmal keys kommt nach unten cobblestone kommt nach unten dieses gesiebte zeug kommt nach unten und dieses kompress zeug kommt nach unten alles andere sind also mineralstoffe die wir raus gesiebt haben gold silber uran diamanten und das soll alles nach schwarz das heißt schwarz und rot alles andere geht aus so jetzt müsste in der theorie alles funktionieren also wir brauchen noch abgeschlossene kisten ich sag euch das ist schon 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 der journey der verzweiflung ja wir haben noch kisten oder ja genau zwei stück rechnen passt genau für eine doppelkiste lasst mich schwimmen so alle haben wir ja schon da sehr geil jetzt muss nur noch die anlagen mit strom versorgt werden das heißt wir müssen hier drunter mal kurz weg graben so hier unten muss einmal strom lang geführt werden weg 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 alles weg ich hole jetzt mal platz hier hier ist gar nichts mehr drunter genau gut 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 da wobei ich überlege gerade strom brauchen ja eigentlich nur die beiden geräte das heißt es wäre sinnvoller das zur anderen seite weg zu führen dann mache ich nämlich hier wobei das halt blöd ist das jetzt genau bei der kiste denn wäre wobei ist er hier erst mal bloß eine testanlage ne von daher ist es scheißegal wie es hier aussieht ist dann nur erstmal um zu gucken ob es wirklich so funktioniert wie es funktionieren soll so jetzt kommt für mich brauchen die batteriebox und wir brauchen die kohlegenerator batteriebox kommt na scheiße wir brauchen ja noch so eine schaltanlage ne äh auch nö die schaltanlage habe ich jetzt komplett vergessen ah fuck my life fuck my life fuck my life fuck my life haben wir zufällig noch eine bitte 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 nö natürlich nicht äh äh wie jetzt den konverter ne nein äh supply nein doch nein ähm wie hieß das scheiß Ding hat er immer so einen bekloppten bekloppten Namen switching station ach leg mich doch äh oh Gott 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 oh Mann sowas müssen wir echt bauen haben wir sowas nicht irgendwo noch kann ich sowas nicht einfach klauen irgendwo im Fachgeschäft oder so das muss doch drin sein holy shit Alter allein das Ding kostet dauert schon wieder drei Stunden so was brauchen wir da wir brauchen Kupferspule Kupferspule war Kupfer achso nee so rum äh brauchen wir vier nee brauchen wir acht so und jetzt die Dinger hier ne ach ist zinn verdammt das auch immer so ähnlich aussehen muss hier wo ist nun die Schmiede ich da das war natürlich rein so so ok jetzt haben wir das als nächstes brauchen wir das haben wir und achso haben wir alles so ging mir so schnell als gedacht ha Kupferwaren haben wir das und brauchen wir wir brauchen noch dreimal weißes Kabel so das hier yay ok das ging jetzt auch schnell als gedacht das wir brauchen uns ja wieder drei Stunden oder so ähm hhhhhhhhhhhhhhhhhh-hahhhhhh so da kommst du mich jetzt nach da ich mach mal andersrum damit ich besser wäre was hier beim akku abgeht kommst du noch hier hinten und der abkunft nach vorne so jetzt brauche ich meine ganze kohle ich mache jetzt mal nur so ein paar rein immer die hälfte ein so viel geladen okay 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 das hat noch funktioniert funktionieren okay da passen 200 kilo eu rein aber schauen mal schauen wie viel bringt eine kohle aber wir sind fertig eigentlich muss nur noch jetzt hier um mesokon verlegt werden und sobald mesokon verlegt ist kann die anlage aktiviert werden also so jetzt das ding aus wir haben jetzt hier 24 kilo eu das packt noch einmal ein rein und darf mich raten dann für 32 ne 48 kann auch sein aber doch er 48 okay das heißt eins bringt was jetzt bin ich raus doch genau nein 16 doch 16 kilo eu müssen es sein ja genau okay eine kohle bringt also 16 kilo eu ja das heißt jetzt müssen es der 64 sein so das heißt 64 dann bräuchten wir noch 136 also 128 und das wiederum bedeutet wir brauchen noch acht mal kohle oder 8 mal 16 genau 8 mal 16 sondern 28 genau warum sind es 64 72 72 ach so weil jetzt schon jetzt schon fünf drin sind die jetzt mich verwirrt holly molly also verarschen kann ich mich selber da 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 So, voilà. Ah, 96 haben wir jetzt so. Da sind es also 24 Kilo EU. Wie kann ich denn auf 16? Ah, okay, egal, 24, das heißt, wir brauchen noch vier Stück, da sind wir bei irgendwas, I don't know, ich gebe irgendwann auf, okay, bock mir. So, hauptsache, wir haben eine Energie drin. So, jetzt kommt nämlich, oh, jetzt wird es ja doch wieder hässlich. Aber da sind doch wieder zwei, da so ein Fair-Dings drin, was natürlich super hässlich aussieht. Gut, könnt ihr einfach so hier machen, so ungefähr. So, jetzt sieht es gut aus. Dann muss ich überlegen. Da muss einer rauf. Und hier muss jetzt einer weg. Tada! Ja, sieht doch gut aus. Aber weil das hier natürlich das Komite aussehen wird, dass ich hier so an der Seite so bei uns ist, eh egal. Ist eh nur das Anlage. So, okay, das heißt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn ich jetzt hier Anlage einschalte. Oh. Oh. Äh. Leute, es passiert. Es passiert. Es passiert, Leute. Halleluja. Halleluja. So, das Ding muss jetzt einmal komplett rumgehen. Und zwar so lange, bis es hier vorne an dem grünen Ding ankommt. An dem Grinder. Ja, da geht's rein. Hoho, es geht rein. So, bis jetzt hier gleich Kies rauskommen. Oh, Leute. Ja, es funktioniert. Holy shit. Zweimal Kies. So, dieses zweimal Kies müsste jetzt, äh, ich hab keine Ahnung. Ach, genau. Beim Sieb reingehen. Da kommt das Kies. Oh. Oh. So, jetzt müsste hier irgendwelcher Stuff rauskommen. Okay, zweimal gesiebter Kies. Das heißt, dieser gesiebte Kies müsste jetzt bei dem hier reingehen. Okay, einmal war normaler Kies. Äh, war beides normaler Kies. Oh, was zur Hölle. Tja, leider kennt man optisch nicht, ob es normaler Kies oder dieser gesiebte Kies ist, ne? Aber auf jeden Fall müsste hier gleich Kies reingehen. Oh, okay. Einmal ist schon drin. Da kommt der nächste. Jetzt aber schon zweimal. Nochmal. Und jetzt noch einmal rein. Und dann müsste da vorne, auf der anderen Seite, dieser komprimierte Kies rauskommen. Ah ja. Aha. Sehr geil. Da vorne ist unser komprimierter Kies. So, und der müsste jetzt hier in den Ofen reingehen. Ja. Und da haben wir wieder Cobblestone. Und damit beginnt die Reise wieder von vorne. Oh, ist das geil. Und man hat gerade schon gesehen, einmal Uran ist durchgegangen. Nach Schwarz. Alles, was jetzt, ne? Anders ist, als die anderen kleinen Leute. Äh, müsste jetzt nämlich in die Kiste reingehen. Oh, ja. Nochmal Uran. Wie langweilig. Äh, ah, nee. Ist das, nee. Ist ja gar kein Uran. Das ist, äh, Zinn oder Zink. Eins von beiden. Irgendwas davon war blau. Oh, Leute. Unsere Anlage, sie funktioniert. Und das krasseste ist halt, die Anlage funktioniert halt endlos. Sie generiert jetzt endlos Materialien, die alle in dieser Kiste landen. Oh, Leute. Gut, also es ist natürlich so lange wie hier in dem Fall jetzt die Batterie leer ist, klar. Aber später soll die Anlage ja bei uns irgendwo im Keller. Und jetzt wissen wir auch ungefähr, wie groß die Anlage wirkt, bzw. wie kompakt wir sie bauen können. Müssen wir nur noch gucken, wo wir Anlage hinbauen. Und vor allen Dingen, ob, also, das ist jetzt die Fahrbeziehungstraße. Na, gute Frage. Wenn ich da jetzt noch mehr Cobblestone abbauen würde, würde das dann reichen, ähm, Also würde dann die Anlage hier ausreichen oder wäre es irgendwann einfach zu viel? Weil man sieht schon, hier ist ganz schön viel Kies im Umlauf. Das heißt, die Anlage hier, oh ja, die ist am Limit. Das heißt, wir produzieren zu viel Cobblestone. So, das nächste Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier abschalte, wird die gesamte Anlage abgeschalten. Nein, wir müssen das also doch getrennt machen, dass wir einmal da vorne einen Schalter haben und einmal hier hinten einen Schalter haben. Das heißt, ich baue das hier nochmal um. So, die Blume kommt nämlich jetzt hier hinten hin. Das heißt, die Blume gibt hier immer Signal, also dass die Anlage immer arbeitet. Aber, ähm, gut, jetzt ist es hier hier hin und dann natürlich zu wenig Platz für weitere Bauarbeiten. Äh, gut, ich mache einfach den, oh, wie mache ich das am dümmsten? Wenn ich hier das und Ding hinbaue. Da! Gut, die muss wieder zu. So. So. Wenn ich jetzt hier den Schalter hinbaue. Da, wo ist der Schalter? Genau. Ach, so geht's auch. Na gut. Da kann ich nämlich jetzt hier die Anlage ein- und ausschalten. Das heißt, ich kann die, ich kann das nachliefern von Cobblestone deaktivieren, ohne, dass damit die Anlage abgeschalten wird. Das heißt, selbst wenn hier nichts mehr nachkommt, wird trotzdem das, was bereits in der Pipeline drin ist, trotzdem komplett verarbeitet. Mit dem Vorteil, dass diese Geräte ja eigentlich nur dann Strom ziehen, wenn sie auch arbeiten. Das heißt, sobald die Pipeline leer ist, dürfte die Anlage auch keinen Strom mehr ziehen, also dürfte hier keine Energie verschwendet werden. So, die Theorie, das werden wir gleich sehen, sobald die Pipeline wieder leer ist. So, wie gut die Anlage funktioniert, wie gut die Anlage funktioniert, holy shit. Oh, doink, doink, doink. Ah, einer ist hier noch unterwegs. Da ist noch einer unterwegs, da ist noch einer. Oh, gut. Da ist immer noch viel unterwegs. Allerdings, ist natürlich klar, dadurch, dass die Dinger immer eine Runde drehen, wie gesagt, es ist genauso wie diese Urananfertigungsanlage, die ich gebaut hatte. Dadurch, dass eine Runde gedreht wird, ist sie zwar logisch sehr genial gebaut, aber wirklich effizient ist es nicht, weil natürlich jeder Block, der fertig ist, mindestens immer eine halbe Runde drehen muss, bis er wieder weiterverarbeitet werden kann. Und deswegen ist das natürlich, was die Geschwindigkeit angeht, natürlich absolut alles andere als gut, aber schön kompakt, schön logisch gebaut. Weil du hast halt einen Hauptkreis, hier hast du einen einzigen Hauptkreis und innerhalb dieses Hauptkreises werden alle Verarbeitungsschritte ausgeführt. Und das ist natürlich so ein klassisches Bus-System. Ja, ich bin halt Programmierer, sorry, ist halt so. Ähm, und ja, das hat halt den Vorteil, dass du halt super kompakt bauen kannst und super logisch. Ähm, nur halt, oh Uran, holy shit, ähm, was soll ich jetzt da sagen? Genau, nur bis diese Pipeline halt einmal geleert ist, dauert es halt ein bisschen, vor allen Dingen, weil halt die Sachen immer wieder gesiebt werden müssen. Das ist natürlich auch ein großer, großer Nachteil. Das ist halt nicht gerade die schnellste Anlage so. Deswegen wäre halt die Frage, was passiert, wenn das hier wirklich einfach durchweg läuft? Würde denn die Anlage überhaupt hinterher kommen? Oder würde irgendwann einfach hier die Leitung platzen? Das muss ich mal, einfach mal so zwischen den Folgen mal ein bisschen laufen lassen. Ähm, und dann mal gucken, was da passiert. Weil ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie einen Puffer einbauen können. Was wir nämlich dann natürlich machen können, ist, dass wir hier irgendwo in die Kiste hinstellen, wo die Sachen immer erstmal reinkommen und dann aus der Kiste die Sachen wieder rausgenommen werden und sie wieder in den Kreislauf geschickt werden. Das könnte man natürlich noch überlegen, ob das so sinnvoll wäre. Weil der Vorteil ist, da könntest du nämlich bei der Kiste so einen Stackwise-Injektor platzieren, sodass denn hier nicht mehr ganz viele einzelne Items rumfliegen, sondern ganze Blöcke. Wobei, hat das Vorteile oder eher Nachteile? Weil das Problem ist, wenn du hier so eine Kiste hast und aus da dann ein ganzer Block rausgenommen wird. Angenommen, in der Kiste haben sich jetzt 99 Keys angesammelt. Dann wird der genammte 99er Stack mit einmal rausgedrückt, kommt dann hier in den Kreislauf. Und wenn dann hier aber bereits zwei drin sind, zwei Keys, passen keine 99 mehr rein. Das heißt, dann dreht er hier so lange Ehrenrunden, bis hier wieder 99 drin sind. Und so wie jetzt, wenn die 15 oder 16 Stück drin sind, kann es halt eine Weile dauern. Trotzdem müsste das die Anlage insgesamt entlasten. Das könnte man also tatsächlich mal probieren. Das heißt, dass der hier müsste weg. Hier müsste eine Kiste hin, also eine Doppelkiste. Und hier müsste stattdessen dieser Stackwise-Injektor hin. Weißt du was, das machen wir in der nächsten Folge. Probieren wir das mal aus. Alter, die Peplen ist halt immer noch nicht fertig so. Eieiei, eiei, eiei, eiei. Nein, das liegt halt daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier bei dem sieben Rohstoffe rauskommen, so niedrig ist. Und deswegen braucht es halt so viele Durchläufe. Aber trotzdem haben wir schön schnell schön viele Rohstoffe. Aber immer noch kein Mese und kein Diamant. Na ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse jetzt auf jeden Fall zwischen den Folgen erstmal laufen. Aber ich mache jetzt mal eine große Pause zwischen den Folgen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt hört man natürlich immer das ganze Gezüche. Ja, hört man immer noch. Na gut, ähm, ja. Dann, ähm, sieht man sich wieder. Und, ähm, sieht man sich. Bis dann. t. Und, ähm, sieht man sich. Und, ähm, sieht man sich.